Heute werde ich alle Spiele empfehlen als Megan-Troll. Ich werde dich beschützen. Und zwar um jeden Preis. Mo-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Oh, danke, das ist aber lieb von dir. Ähm, Entschuldigung, ich hab nicht mit dir geredet, lieber Pflanze. Ich wollte mit irgendjemand anderem sprechen. Denn ich muss mir heute jemanden aussuchen, den ich gut bewachen muss, Leute. Denn ich bin Megan. Und meine einzige Aufgabe ist es, alle zu töten. Außer die, mit der ich mich anfreude. Genau, das ist eine super Idee. Und ich würde schon mal sagen, wo ist denn der beste Ort, wo wir jemanden finden könnten, den wir beschützen? Äh, ah, ich weiß es. Genau, der Ort, an dem die größten Schandtaten betrieben werden. Und zwar der Daycare von Brookhaven, der Kindergarten. Bah, okay, gut, lass uns auf jeden Fall mal ganz kurz reingehen und mal schauen, was los ist. Ähm, hallo, haben Sie irgendwen, der Hilfe braucht? Jemanden, der Hilfe braucht? Ja. Aha, und wo wäre der? Ich bin es. Hände hoch und Geld her. Oh, nein, ich hasse diesen Job. Äh, oh, okay, naja, also egal. Nein, das, das, die bietet sich ganz gut an. Äh, Kleiner, hier, komm mal, komm mal ganz kurz her. Ich hab dich, äh, ich hab eine Frage an dich. Ja, was denn? Möchtest du mit mir Fangen spielen? Äh, nein, äh, wohl, naja, vielleicht später. Aber ich würde ganz gerne dich beschützen, ja? Und zwar vor allem Möglichen. Dich beschützen? Hm, okay, na gut, das finde ich eine super Idee. Also, was genau hat dir dieser komische Kindergärtner angetan? Er ist ganz böse. Äh, ah, ja, und was hat er denn gemacht? Äh, er ist böse. Okay, das reicht mir. Hör sofort auf, böse zu sein. Runter von diesem Ding da. Och, nee, wieso sind denn Auer? Alle hier geisteskrank. Du brauchst dich jetzt gar nicht totzustellen. Denn dein Ende ist nahe. Ha, 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 ha. Äh, nein, niemals. Du wirst mich niemals erwischen. Ha, 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 ha. Oh. Äh, ich glaube, das hat sich von selbst erledigt. Gut, äh, okay, Kleine, komm mal mit mir. Wir müssen dich aus diesem komischen Ding hier rausbringen und irgendwo in Sicherheit. In Sicherheit? Ähm, und wo genau soll das denn bitte sein? Das ist eine sehr gute Frage, die ich dir leider ebenfalls nicht beantworten kann. Aber wir werden es schon rausfinden. Erstmal müssen wir ein Auto klauen. Äh, und zwar das vom Kindergärtner. Äh, weißt du, wo genau das ist? Hey, nein, bitte nicht mein Auto. Das ist das Einzige, was ich noch habe. Das hier muss es dann wohl sein. Das, äh, was, was ist das denn für ein Auto? Hallo? Ach, na, egal. Gut, wenn es das Einzige ist, was er noch besitzt, dann haben wir wenigstens irgendwie, äh, dem irgendwas angetan, dass er sich auf jeden Fall merkt, dass er sich die Finger von meinen Freunden lassen sollt. Gut, auf jeden Fall, ähm, würde ich sagen, sollten wir uns mal irgendwie einen besonderen Ort raussuchen, wo wir unser Haus spawnen können. Denn Megan braucht natürlich ein super, super cooles, robotisches, super technisches Hochsicherheitshaus. Und das finden wir auf jeden Fall am besten irgendwo, äh, bei den, äh, bei den Estates, würde ich fast sogar sagen. Äh, wo sind die denn nochmal? Oh Mann, ertig, dieses Auto ist mir ehrlich gesagt noch ein bisschen zu langsam. Das muss ich ein bisschen schneller machen. Oh Mann, Junge, das wird ein richtig schöner Smart, der richtig abgehen wird. Wow! Oh ja, das macht Spaß. Bitte nicht so schnell! Wieso denn? Was soll schon schief gehen? Oh! Wow! Oh Mann, Alter. Äh, naja, auf jeden Fall funktioniert das noch. Okay, also so eine Villa ist ein bisschen zu auffällig, aber das hier ist genau ein Haus nach meinem Geschmack, würde ich sagen. Denn die Gitterstäbe sind so schön befreit und, ähm, und, ähm, und abgesehen davon mag ich diese gesamten Sicherheitsmechanismen. Hehehehe. Äh, sogar die Tür, die mich nicht reinlässt. Hallo, kannst du... Okay, na gut. Äh, sie lässt uns auf jeden Fall rein. Das ist voll unfair. Na gut, ähm, was haben wir denn hier auf jeden Fall? Äh, ich, äh, du kannst dir gerne ein Zimmer aussuchen, ja? Ja, ich bin so nett und, äh, du darfst dir eins der Zimmer eins bis, äh, zwölf aussuchen, ja? Genau, äh, such dir gerne eins aus. Die sind, glaube ich, alle ziemlich gut. Oh, ja, das sind super Zimmer. Haha, ähm, wobei, ich glaube, das sind Gefängniszellen. Gefängniszellen? Nein, das sind nur Sicherheitszimmer. Äh, die kommt man nämlich nicht rein ohne Erlaubnis. Und zwar von mir, ja, ganz genau. Hey! Ach so, ja, ich hätte vielleicht auch erwähnen sollen, dass man auch nicht raus kann ohne Erlaubnis. Haha, ähm, aber das ist schon in Ordnung. Alles nur zu deiner Sicherheit. Gut, wir müssen auf jeden Fall mal die Lage checken, ja? Denn ich habe auf jeden Fall irgendwie Angst, dass dieser komische Kindergärtner noch irgendwelche seltsamen Sachen machen wird, ja? Okay, mal einen ganz kurzen Sicherheitsblick. Ist da irgendwas? Hä? Oh, ein Baum! Oh, okay, na gut. Es ist nur ein Baum, es ist nur ein Baum. Aber Bäume können böse sein, wir wissen es. Nicht ein Kohleautomaten. Okay, ne, der ist, glaube ich, auch ganz okay. Okay, Josef, du schaffst das. Du hast jahrelang dafür trainiert. Okay, nein, habe ich eigentlich nicht. Diese komische Frau hat ein Baby aus dem Kindergarten geklaut. Irgendwo da drin hat sie sie hingebracht. Ich habe es ganz genau gesehen. Oh, Mann, die arme Kleine wird schon so viel Angst haben. Ah, ist das langweilig hier drin. Ich wünschte, es würde mal irgendwas passieren. Okay, das Gebäude ist 130% sicher, würde ich sagen. Ich habe gleich meinen Rundgang beendet. Okay, wir müssen doch ganz kurz mal hier gucken, ob hier irgendwas ist. Oh, nee, das sieht eigentlich alles ganz gut soweit aus. Hier irgendwelche komischen. Den Ofen können wir eigentlich auch mal ganz kurz anmachen, damit es auch schön warm hier drin wird. Oh, wow, das ist ganz schön warm. Ähm, okay, na gut. Gut, das sieht alles einfach in Ordnung aus. Ich würde sagen, ähm, hey, Kleine, wir sind auf jeden Fall 100.000%ig sicher. So, ähm, gut, okay. Alles gut bei dir da drin? Ja, alles. Oh, äh, okay, sie schläft. Das bedeutet, wir dürfen sie auf gar keinen Fall beim Schlafen stören. Aber das ist gut. So verbraucht sie keine unnötige Luft oder so irgendwie sowas. Ich muss nur aufbleiben, dass ich immer hellwach, hochkonzentriert und bei der Sache bleibe. Hup, 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 hup. Okay, gut. Jetzt bin ich mir sicher, das ist eindeutig eine Glasscheibe und ich komme da nicht durch. Also benutzen wir einfach den Eingang. Okay, jetzt ganz, ganz ruhig. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich glaube, sie ist hier drin. Oh Mann, ich bin so ein toller Retter. Josef, du bist der Allerbeste. Oh, äh, Josef, du bist aber nicht der Allerleiseste. Und jetzt ganz leise raus. Hup, hab ich gut geschlafen. Wobei, warum schlafe ich eigentlich? Ich bin doch eigentlich ein Roboter. Egal, auf jeden Fall. Hey Kleiner, ist alles gut bei dir? Ich bin wach geworden, kurz eingeschlafen und... Was ist hier los? Die Tür ist offen. Und sie ist weg und... Der Kindergärtner, ich wusste es. Na gut, du wolltest es so, du sollst es. Also willkommen, Kindergärtner! Oh, Alter, ich wusste nicht, dass Roboter Luft holen müssen. Okay, schnell auf Spurensuche. Ich muss nur kurz in den Schnüffelmodus gehen. Oh ja, ich rieche ganz genau, wo er hingelaufen ist. Oh, warte mal, ich habe gar keine Nase. Egal, auf jeden Fall müssen wir irgendwie... Hey, warte mal ganz kurz. Da liegt ein Reifen. Warum genau liegt hier ein Reifen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, die man sich stellen sollte. Und die zu der Schlussfolgerung führt, dass jemand hier mit dem Auto gewesen ist. Und das war offensichtlich nicht ich. Na gut, finden wir noch irgendwelche anderen Hinweise? Der Flüchtige scheint auf jeden Fall mit einem Auto gekommen zu sein. Oh, da ist auf jeden Fall noch ein Reifen. Aha, aha, aha. Sehr gut. Er scheint wohl links abgebogen zu sein. Nicht rechts, nicht geradeaus und nicht woanders hin, sondern einfach links. Okay, okay, okay. Hm. Hm, wo genau könnten sie nur hingelaufen sein? Oder hingefahren, besser gesagt. Oh, ich glaube, hier hat er ja auf jeden Fall einen Unfall. Ähm, okay, ähm, ja, also, ähm, gut, ähm, das ist auf jeden Fall ziemlich praktisch und... Hey, da seid ihr! Oh nein, sie hat uns erwischt! Dann gibt es nur noch eine einzige Möglichkeit zu entkommen. Bitte lass mich nicht im Stich. Bleib sofort stehen! Okay, gut, ich bleibe stehen. Stopp! Äh, oh nein, der Teleporter. Oh, es war schon wieder die Erfindung dieses dummen Nerdes. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, jetzt wird es für mich wohl nur eine einzige Möglichkeit geben. Ich muss die gesamte Stadt absuchen. Denn es gibt für mich keine andere Möglichkeit. Ich kann mir niemanden Neues raussuchen. Und ich werde mir dieses Auto nehmen, um... Zu, fahren, hoch, los! Äh, okay, gut, äh, naja, dieses Auto ist ein bisschen kaputt. Ich glaube, das sollten wir ja sein lassen. Ich brauche ein neues Auto. Und zwar eins, das ihr schon kennt, aber eins, das mich überall hinbringen wird. Oh ja, Freunde, ihr seht genau richtig. Ich nenne es den Tod in lila. He, 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 he. Warum der Tod? Weil es... Ein Todesfahrzeug ist... Hey, cool, ich bin super gelandet. Hahaha. Leute, sagt mir mal einen, der so einparken kann, ja? Also ich finde, das ist schon ein richtig guter Skill. Hahaha. Na gut, egal. Äh, wir ignorieren das auf jeden Fall mal ganz kurz und gehen. Einfach mal weitersuchen. Ähm, denn ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir den Typen hier irgendwo noch aufspüren können. Und ich glaube, es wird hier irgendwo in der Nähe sein. Zum Beispiel in der Polizei. Weil da bringt man normalerweise Leute hin, die gerade entführt wurden, oder? Ich glaube, das macht irgendwie Sinn. Füße hoch und gebt mir eure Kinder los! Okay, hier ist auf jeden Fall niemand. Na gut, schade. Okay, dann müssen wir auf jeden Fall trotzdem noch mal ganz kurz gucken, ja? Einmal einen ganz kurzen Sicherheitsblick in die Zelle. Nein, nein, okay, alles klar. Na, hier ist auf jeden Fall auch nichts. Okay, gut, Mist. Ach man, wieso ist die Polizeistation denn schon wieder nicht besetzt? Das ist voll ärgerlich. Na gut, wo könnte er sich denn noch verstecken? Ich meine, der Typ war gerade eben irgendwo bei mir. Und das war doch der... Moment mal, der Typ war maskiert. Aber irgendwie, seine Stimme kam mir bekannt vor. Ist das nicht... Ist das nicht der Typ vom Kindergarten gewesen? Oh Mann, ich wusste es doch. Ein größter Erzfeind. Na gut, wisst ihr was, Leute? Dann werden wir einfach mal einen ganz kurzen Blick drauf werfen. Ob wir vielleicht im Kindergarten hier irgendwo irgendwas finden sollten. Denn hier hört sich dann wohl derjenige auf... Ähm, ähm, hallo? Ah, hallo, lange nicht gesehen... Oh, eine Sekunde bitte, ich brauche noch ganz kurz... Hallo, da bin ich wieder. Da war gerade, da war gerade... Also, ja, du hast gerade wahrscheinlich meinen Zwillingsbruder gesehen oder so ein Kram. Ein Zwillingsbruder, also so, so. Was genau macht das Kind bei dir, hä? Warum ist die bei dir und nicht bei mir? Aber, aber, aber ich habe doch gar keine Ahnung, wovon du redest. Jetzt werde ich Schluss mit dir machen, ein für allemal! Oh, nein, Megan, bitte nicht! Warum denn nicht? Er hat's verdient. Er dachte, ich wäre in Gefahr und er wollte mich einfach nur beschützen. Das, das ist doch nichts Schlimmes, oder? Er dachte, du wärst in Gefahr? Aber ich dachte, er ist die Gefahr. Aber bist du nicht diejenige, die die ganze Zeit versucht, Leute mit einer Schrotflitte zu erschießen? Ähm, das, das ist, ähm, ähm, hm, das, hm, darüber habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht so viel nachgedacht, hm. Und abgesehen davon hast du mich in einer Zelle eingesperrt, um mich zu beschützen. Ja, habe ich das aber, aber, aber doch nur, damit Leute nicht reinkommen. Das hat ja super geholfen. Immerhin ist er reingekommen, aber ich nicht wieder raus. Äh, ja, ganz genau, ganz genau. Ich dachte einfach nur, dass sie bei mir sicherer wäre als bei dir. Was hast du gerade gesagt, hä? Ha, 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 es ist nirgendwo sicherer als bei mir. Das sieht man ja daran, dass ich euch gefunden habe. Oh, Mann. Weißt du was, Mengen, das war wirklich eine super Zeit mit dir und es hat echt Spaß gemacht, aber ich glaube, ich sollte vielleicht doch lieber im Kindergarten bleiben und nicht bei dir, weil ich bin ja gar nicht so sehr in Gefahr, dass du mich wirklich die ganze Zeit beschützen müsstest oder sowas. Naja, gut, könnte schon möglich sein, dass ich vielleicht ein bisschen übertrieben habe, aber, aber, aber wirklich nur ein ganz, 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 ganz kleines bisschen. Beschütze lieber einfach dich selbst. Mich selbst beschützen? Ha, vor was denn genau? Vor mir! Ha, 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 ha! Vor dir? Ah, nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Mann, das hat man davon, dass man die ganze Zeit nur Gutes für Leute will. Ah, Mann! Das war's, wenn du auch die Folge Roblox bekommst. Lass dir einen Daumen nach oben und auf den Kanal, um keine Videos zu verpassen. Bis dann und haut rein. Ciao!